Hallo und herzlich willkommen bei Spacehaven Alpha 17 der 39. Folge und wir warten hier vor einem lustigen Schiff. Ich glaube, hier waren Aliens drauf. Oder sowas? Wir gucken mal. Wir gucken mal, was sich hier drin verbirgt. Und tasten uns mal ganz langsam ran. Haben wir Aliens? Haben wir Roboter? Haben wir neue Crewmitglieder, ist die große Frage. Die großen Fragen. Ich sehe Aliens! Jawohl! Es sind Aliens. Das ist ein Grund zum Freiern. So, und wir haben unsere ersten Laserwaffen. Haha. Okay, und da hinten ist eine Alien-Infektion. Das ist schön. Dann einmal hier hin und schießen. Jawohl. Ja, mit zwei Leuten, die Laserwaffen haben, funktioniert das ganz nett. Würde ich jetzt mal sagen. Und da ist direkt ein Loch in der Wand, sodass wir freien Blick haben auf den Spawner. Naja, freien Blick. Freier Blick ist anders, aber... Ah, wir treffen ihn nicht von hier. Ganz offensichtlich. Oh, und da kommt ein fliegender Windbeutel. Da haben wir ein bisschen was abgekriegt, aber nicht doll viel. So, dann schweben wir mal hier hin, damit wir den Spawner erledigen können. Jetzt wird erstmal hier auf die Leute geschossen. Jawohl. Ja. Und da kann er auch getroffen werden. Ist da noch eine Wand dazwischen, oder warum treffen wir ihn so scheiße? Ich glaube schon, ne? So, dann gehen wir einmal hier hin und schießen weiter auf die... ...die hier noch so rumfläuchen und kräuchen. Sehr gut. Äh, dann nehmen wir doch mal kurz hier... ...die Credits mit, schätze ich. Äh, da hinten ist ein Daten-Lock. Die andere Seite des Schiffs haben wir noch nicht erforscht. Da hinten ist aber ein Daten-Lock. Wir gehen nochmal... Oh, wir müssen da lang. Okay. Ähm... Wir gehen mal hier lang. Und nehmen das mal auf. Genau. Ob sich dann hier noch etwas... Achso, da sind nur noch die beiden Räume. Ich dachte gerade schon, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Okay, das waren Credits. Schön. Meine Fresse. Äh, war ich doch ein bisschen angespannter. Ich habe wenig gesagt. Fällt mir jetzt gerade im Nachhinein auf. Ja. Dann gehen wir mal hier rein. Und da haben wir... Uh-ha. Äh. Da wollen wir doch mal hin. Was ist denn hier los? Hier liegen Daten-Lock, Gegenstand, Gegenstand, Gegenstand. Und, äh... Das ist doch mal spannend. Dann würde ich mal sagen, einmal hier einsammeln. Tun, bitte. So. Und du gehst mal hier hin. Sammelst den ein. Den. Und den. Und... Dann haben wir es. Leider kein neuer... Kein neues Crew-Mitglied. Aber... Wir können dem hier sagen, hallo. Wir nehmen einfach mal alles mit. Oh, da sind schöne Sachen drauf. Und wir nehmen es auch auseinander. Jawohl. Okay. Wir nehmen es auseinander. Irgendein neues Daten-Lock haben wir bekommen. Und... Äh... Ja. Wir... Ansonsten ist hier nichts. Außer diesem... Diesem Raumschiff. Wir haben hier... Okay. Wir haben noch einen Sektor. Einen großen Sektor, den wir da oben erforschen können. Genau. Ich erinnere mich wieder. Okay. Und jetzt bauen wir dieses Ding hier auseinander. Und ich würde sagen, wir lesen jetzt mal weiter in unserer Roboter-Geschichte. Da müssten wir nämlich noch was haben. Äh... Während wir da unten das Raumschiff auseinanderbauen. Ich mach das mal so, ähm... Im Hintergrund, dass man es neben dem Text sehen kann. Äh... Wir haben hier mehrere Tranquility. Aber wir haben mit Andreas 9DW angefangen. Oh. Und da haben wir tatsächlich noch einen Eintracht. Gut. Und dann machen wir mal mit dem weiter. Ich mach mal so lange auf dreifache Geschwindigkeit. Andreas 9DW. Erster... Drittens erster Testlauf. Dem Kollektiv zur Berücksichtigung übermittelt von Andreas 9DW. ARS Last Question. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Projekt. Ich habe die, äh... Begleitpersönlichkeitssoftware in die Roboter hochgeladen. Und bisher läuft alles noch... Äh... Alles nach Plan. Die Roboter begleiten mich bei meinen Tätigkeiten und unterstützen mich auf hilfreiche Weise. Beispielsweise bringen sie mehr Werkzeuge oder nehmen logistische Aufgaben. Den Anstoß zu dieser Idee lieferte meine Beobachtung, dass die menschlichen Beziehungen zu Hunden auf Damen am stärksten ausgeprägt sind, wenn die Hunde mit Arbeiten wie dem Hüten von Tieren, der Unterstützung von Personen mit Behinderungen, dem Aufspüren von Chemikalien und einem Stellen von Krimineller betraut werden. Ich bemerke negative Gefühle in Form von Frustration, die dadurch hervorgerufen werden, dass die Roboter ihren oben erwähnten Aufgaben langsam und ineffizient erfüllen. Ihre Körper sind nicht perfekt für diese Aktivitäten geeignet und zwar auf eine Weise, die die Schöpfer vermutlich für liebenswert hielten. Ferner bemerke ich, dass ich auch negative Gefühle in Form von Frustration gegenüber mir selbst hege. Ich habe sie entworfen und innerhalb ihrer Designparameter agieren sie perfekt. Ich bemerke ein negatives Gefühl in Form von Unzufriedenheit. Wenn es mir bei einem emotionalen Begleiter auf Effizient ankommt, warum spüre ich dann noch keine Verbundenheit zu den existierenden optimierten Werkzeugen, die mir zur Verfügung stehen. Ich bemerke, dass ich keinerlei bestimmte Gefühle für die effizienten Maschinen empfinde. Ferner bemerke ich, dass ich meine Erwartungen, etwas Positives für meinen ineffizienten Begleiter zu empfinden, nicht erfüllen, was teilweise daran liegt, dass sie ineffizient sind. Ich bemerke, dass ich mir wegen dieses offensichtlichen Paradox sonst schwere Selbstvorwürfe mache. Ferner bemerke ich auch eine positive Emotion, einen neu entdeckten, wertschätzenden Respekt gegenüber den Schöpfern. Der Schöpfungsakt ist ein weitaus schwierigeres Unterfangen, als ich erwartet hatte, dass er ihnen zweimal gelungen ist, veranlasst mich, sie neu zu bewerten. Außerdem bemerke ich, dass ich trotz all meiner Frustration weiterhin davon überzeugt bin, mein Ziel erreichen zu können. In mir brennt die Hoffnung, mich an der Gesellschaft meiner Begleiter ebenso erfreuen zu können, wie es den Schöpfern vergönnt war. Ich will eine Bindung zu ihnen aufbauen, ich bin bloß unsicher, wie ich das erreichen soll. Ich habe beschlossen, mit dem nächsten Schöpfer den, die in meinem Sektor vorstoßen und über hohe moralische Integrität verfügen, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht können sie mir neue Erkenntnisse vermitteln, möglicherweise können sie mir aufzeigen, warum ich keine Fortschritte erziele. Ende der Nachricht. Das klingt sehr spannend, auf jeden Fall. Okay, haben wir, achso, die, irgendwas ist passiert und er hat die Geschwindigkeit runtergesetzt, während, ah ne, während ich vorgelesen habe, müsste es auf drei gewesen sein. Es sind unterschiedliche Geschwindigkeiten in dem Vorlesefenster und in dem normalen Spielfenster, was ein bisschen seltsam ist. So, hier haben wir einiges, leider hing hier niemand an der Wand, aber, ähm, oh Gott, leider hing hier niemand an der Wand. Ja, ich habe diesen Satz tatsächlich gerade gesagt. Ähm, ja, wir sind 13 Leute, wir könnten mal langsam, weil unsere, ach, die Menge an, an, äh, an Zeug, das wir hier am Start haben, wird nicht wirklich reduziert, ne. Also, ähm, unsere Vorräte gehen jetzt nicht wirklich zurück. Wir könnten noch ein Hochbeet machen mit Früchten, weil davon haben wir am wenigsten und Früchte brauchen wir auch für den medizinischen Artikel. Und vielleicht noch eins mit Fasern, damit wir mehr Zeug zum Verkaufen haben. Ich glaube, wir brauchen nämlich mehr Güter zum Handeln, definitiv, die wir herstellen. Und, äh, da würde ich jetzt tatsächlich mal ein Hochbeet, ein weiteres, hier hinten hinknallen. Nein, das passt nämlich gerade noch. Zack, boom. Und, äh, mit Früchten und Fasern, beziehungsweise, wie sieht's aus mit, äh, der Erforschung von Getreide und Hopfen? Das ist nicht mehr lange entfernt. Ähm, so, wir machen mal den entwickelnden Alienkern und Alienbrutstättenkern nach oben, weil davon haben wir nämlich, glaube ich, welche gefunden. Und, äh, das hier ein bisschen was, äh, vorangeht, weil man muss dann so ein bisschen hin und her schieben, wo welche Priorität ist. Ich glaube, wir haben einen Brutstättenkern jetzt auf dem, äh, Raumschiff gefunden, der dann hier rein kann. Und ich glaube, wir sollten hier bei dem Kompostschlepper, da hab ich die Brutstättenkern und sowas, hab ich nicht drin. Ähm, okay. Zersetzung im Gange. Wir schmeißen mal jetzt hier einfach mal von Hand ein bisschen Biomasse rein. Weil, ich meine, wir haben jetzt schon wieder so viel Biomasse, das kann ganz gut sein, dass das mal zersetzt wird. Und da ist tatsächlich, wie geil, da ist, ähm, okay, da hat das jemand gerade mal, äh, untersucht. Wie schön, ja, ja, ähm, Alienbrutstättenkern und sich entwickelnder Alienkern. Davon brauchen wir jetzt wenigstens nur noch, äh, jeweils eins. Und dann können wir zu fortgeschrittener Ernährung kommen. Das ist doch, und da haben wir gerade noch mal was auf dem Tisch. Und hat das jetzt gereicht? Ja, Alienbrutstättenkern ist fertig. Wie geil. Und. Zack, bumm. Und jetzt sind die Obduktionen von Alienbrutstättenkern und sich entwickelnder Alienkern abgeschlossen. Wir können zu fortgeschrittener Ernährung kommen, dass die noch schneller wachsen, die Sachen. Meine Fresse. Das heißt, äh, ja, wir machen mal, ähm, drei Früchte und zwei Fasern. Und dann haben wir es. Und da werden wir dann mal vielleicht ein oder zwei Früchte gegen Hopfen austauschen, wenn wir das erforscht haben. Aber, äh, ja, das ist, äh, ein cooler Fortschritt. Und hier sind wir fast schon durch. Man merkt jetzt einfach, dass wir 13 Leute Besatzung haben. Das freut mich extrem. Hier hat gerade was gebrannt. Das ist nicht so gut. Äh, der, der Stromkern muss repariert werden. Sehr gut. Okay. Und wir sind bei, oh, wir sind bei sehr viel Energium. Das, äh, freut mich auch sehr, das zu sehen. Unsere Antriebe sind am Stissel. Ähm, und wir haben sehr viele Hüllenblöcke. Okay, wir, äh, die beiden Recycler funktionieren im Abbau des vielen Hüllenschrotts, den wir haben. Und, äh, auch weil wir, ja, wir haben sehr viele Hüllenblöcke. Das ist sehr schön zu sehen und wir sind fertig mit dem Abbau des Schiffes. Leider kein neues Crewmitglied. Aber wir erkunden jetzt einen großen Subsektor, den wir da oben noch haben. Da. Dann fliegen wir mal da hin. Keine Sklavenhändler oder, äh, da fliegen wir den Piraten entgegen. Hallo. Ja, dann gucken. Ähm, okay. Warten wir mal eine Runde. Und. Warten wir noch eine Runde. Und da fliegen die Piraten weg. Sehr schön. Wir haben noch sechs Sprünge. Da hinten sind Piraten. Äh, da oben wäre ein Schiff. Wir haben noch vier. Ja, da haben wir, oh, hier haben wir Chemie, Rohstoffe und eine Handelsstation. Also nicht eine Handelsstation, sondern eine, äh, eine Station. Androiden-Kollektiv. Von denen haben wir auch einen Flüchtling. Wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen rufen sie an, schätze ich. Dann gehen wir jetzt erstmal ans Telefon. Seid ihr grüßt, Weltraumreisender? Wir suchen nach Mitgliedern unserer Gruppierung, die uns in einen Notruf abgesetzt haben. Weißt du, was mit ihnen geschehen ist? Ja, es befinden sich Flüchtlinge bei uns an Bord. Hier, bitteschön. Und, äh, ja, Ausgleich bekommen wir zwei Plasma-Streuwerfer, ein Hyperium und 761 Credits. Wow, zwei Plasma-Streuwerfer. Das ist nicht schlecht. Wobei Plasma-Streuwerfer ich jetzt nicht so eine, äh, so eine super Waffe finde. Weil der streut halt so. Ähm, aber werden wir uns mal ansehen. Wir werden auf jeden Fall einen, äh, ausstatten. Und die nehmen, zahlen nämlich auch einen guten Preis für, äh, in, für Biomasse. Und will ich, oh, ihr habt Chemie-Rohstoffe. Hier sammle ich noch mehr Chemie-Rohstoffe ein. Aber ihr habt auch Metall. Ah, ist gut. Ich kaufe mal jetzt hier, ich mache jetzt viele Handel klar. Nochmal Biomasse verkaufen. Ähm, Metall. Brauchen wir relativ viel. Und jetzt verkaufen wir weiter. Und zwar, ähm, Gewebe. Oder wir gucken mal gerade, wie viele Weichblöcke haben wir denn. Wir können mal ein Gewebe weniger und verkaufen ihnen. Oh, wir können eine Kugel. Ähm, nee. Das hier, zack, zack. Und das hier. Verkaufen ihnen davon und davon. Da haben wir dann einiges. Wir kaufen das Metall. Äh, wie viel Kohlenstoff? Kohlenstoff geht noch. Aber ich will auch noch mehr Chemie-Rohstoff von ihnen kaufen. Okay. Unser Flüchtling wird abtransportiert. Dafür bekommen wir Plasma-Streuwerfer. Sonneneruption bevorstehend. Ja, das lässt mich doch kalt, weil wir haben Schilde. Und wir haben sehr, sehr viel Nahrung. Das ist ganz zauberhaft. Hier, oh, hier wollte ich noch eine, äh, Kryostase-Kammer. Aber das war in der letzten oder vorletzten Folge, als uns, ähm, als uns der, äh, Bug mit dem Reload erwischt hat. Äh, das weggefallen. Genau. Hier wollte ich noch eine Kryostase-Kammer hinmachen, weil da Platz ist. Hier haben wir ein weiteres Hochbeet. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal auch nicht so bald Schwierigkeiten haben mit, ähm, mit der Versorgung, mit, äh, Nahrungsmitteln und so weiter und so fort. Und, was ich überlegen könnte, wäre, nicht nur hier eine Forschungs-, äh, ähm, ein Forschungsterminal zu haben, sondern auch hier. Und das mache ich ja eben jetzt nämlich mal. Ein Forschungsterminal, sodass zwei Leute an Forschung arbeiten können. Zack. Weil wir haben nämlich mehr Leute, die auch Forschung betreiben können, sodass wir mit unserer Forschung schneller vorankommen. Wir brauchen für ein Forschungsterminal zwei Tech-Blöcke und zwei Infrastruktur-Blöcke. Wir können das alles herstellen. Wir haben noch einiges an Forschung vor. Haben wir dann einfach mal zwei Forschungsterminals. Einen davon können wir dann wieder abbauen. Genau. Und hier vorne kann dann ja auf kurz oder lang auch, äh, das Waffenpult hin irgendwie. Ähm, genau. Ansonsten habe ich nämlich noch keinen besseren Ort dafür gefunden. Und irgendwann kann hier auch mal, äh, ein zweiter Platz hin für einen zweiten Abfangjäger. Und die Sonneneruption kam und ging und hat ein klein wenig, äh, Schild abgezogen. Und da hinten brennt es und da ist das Feuer auch schon wieder aus. Schön. Ja, hier oben haben wir so eine Doppelkabinen-Anordnung. Das gefällt mir nicht so gut. Ähm. Ich könnte eher sagen, wir könnten hier zwei... Oh ja, das ist eine super Idee. Wir machen hier raus ein bisschen was. Wir machen hier hinten noch eine Kabine hin. Oh, und hier fehlt ein Fenster. Fällt mir gerade auf. Das, äh, ist abhandengekommen, als wir hier den Rumpf erweitert haben. So, dann machen wir mal hier, äh, Hüllenfenster hin. So und so. Und hier eine Tür. Wand, Wand. Und nehmen hier mal, ähm, dieses hier. Bewegen. An diese Stelle. Und dann nehmen wir Einrichtung. Wir bauen jetzt hier eine, ähm, eine weitere Kabine hin. Weil hier raus mache ich noch eine Doppel, ähm, eine doppelte Krankenstationsgeschichte. So, dann den hier demontieren. Dieses Bett auch demontieren. Das Bett kann stehen bleiben. Dieses hier demontieren. So. Dieses Fenster demontieren. Weil da muss ein zweiteiliges hin. Und das Androiden-Kollektiv meldet sich. Dann gehen wir auch mal ans Telefon. Was wollen die denn? Das wird wahrscheinlich lukrativ sein. Seid gegrüßt Weltraumreisender. Bei uns sind ein paar Ressourcen knapp geworden. Wärst du bereit, uns zu helfen? Drei Hüllenblöcke. Ja, super. Wir haben so viele Hüllenblöcke. Kauft uns mehr Hüllenblöcke ab. Gar kein Problem. Ruf bitte demnächst nochmal an für mehr Hüllenblöcke. Da haben wir nämlich, äh, jede Menge. Und hier hinten sehe ich auch gerade, muss auch nochmal, ähm, da ist auch das Hüllenfenster weggefallen. Hier müssen die neu hin. Da muss es abgebaut werden. Oh, und wir haben Datenblatt. Neue Technologie wurde erforscht. Folgende Belohnung. Alien Brutstättenkern. Okay. Gesundheit 100. Produziert in regelmäßigen Abständen neue Alien-Eier. Kann in der Umgebung neue Wandkokons erzeugen. Führt zur Ausbreitung der Alien-Umgebung. Die Kernstruktur einer Alien-Umgebung ermöglicht in der Umgebung die Entstehung neuer Alien-Eier. Die Zerstörung dieser Struktur verhindert die Entstehung neuer Eier. Ja, alles klar. Das wussten wir schon. Aber das heißt, wir haben, äh, den ersten nötigen Alien-Brutstättenkern. Sich entwickelnder Alien-Kern. Und dann können wir Ernährung fortgeschritten 0,2. Haben wir das schon? Nö. Das heißt, wir machen hier Forschen. Ernährung fortgeschritten 0,2. Wie sieht's aus mit... Achso, Flugbot und Schimpanse-Laufbot. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Aber das machen wir jetzt als nächstes. Ja, wir müssen wieder ein, äh, Roboterschiff finden. Weil wir brauchen mehr kaputte Roboter. So, da hinten ist, äh, ähm, ist das Fenster weggebaut worden. Genau. Hier, diese Wand wird jetzt verschoben. Bewegen. Und zwar einen nach... Einen zur Seite. Bewegen. Zack, boom. So. Und dann können wir hier nämlich ein Klinikbett hinsetzen. Und daneben noch eins. Und dann haben wir eine Doppelkabine und haben sechs Klinikbetten. Ähm, Anlage. Klinikbett so. Das passt nämlich genau von der Tür. Und dann können wir das nächste Klinikbett so hinstellen, wenn die Wand da weggeräumt ist. Und dann haben wir ja einen Raum mit zwei Klinikbetten. Und hier hätten wir dann noch eine Einzelkabine, die wir dann auch ein bisschen nett machen können. So, da setzen wir nämlich noch ein neues Fenster hin. Und neben dieses Bett kommt jetzt einfach nochmal ein Nachttischchen. Und, äh, wenn die Wand neu gebaut ist, kann da auch irgendwo mal ein Bilderrahmen hin. So wie da. Äh, ja. Genau. Das sieht alles nett aus. Mehr Unterbringungsmöglichkeiten für meine Leute. Hier sind drei Kabinen. Hier sind dann ein, zwei, drei Kabinen. Das heißt also, sechs Leute können gleichzeitig schlafen. Äh, das ist ein bisschen eng sogar, hätte ich gesagt. Dass nur sechs Leute gleichzeitig schlafen können. Wir könnten hier auch anfangen, nochmal Kabinen hinzusetzen. Dass wir, weil wir sind 13, äh, ich hätte gerne mindestens acht. Weil wenn ich dann irgendwie ein Außenteam noch schlafen lege, dann wäre das nett, wenn wir noch eine Kabine haben. Ähm, ja. Das mache ich, glaube ich mal. Hier kann nochmal, hier kann doch noch eine Kabine hin. So. Zack. Zack, 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 zack. Und dann, ach, hätte ich eine, hätte ich ein Bett von eben mit nach vorne holen können. Aber, naja. So, was soll's. So, und Deko. Machen wir hier noch einen Bilderrahmen hin. Jawohl. Hier, ihr kriegt auch noch einen. So. Jetzt sind da auch überall digitale Bilderrahmen drin. Das macht die Sache, ich glaube, kaum netter. Aber, äh, ein bisschen. Ähm, wir könnten hier noch einen digitalen Bilderrahmen. Bilderrahmen hinsetzen, wenn wir schon mal dabei sind. Da. Und, warum nicht hier? Dann haben wir in der Küche noch ein bisschen Deko. Schön. Okay. Wir können ja ein bisschen schneller machen, während hier außen lang geflogen wird. Das ist jetzt auch mal, äh, ein Bereich, wo die Asteroiden nicht so wild sind. Ich meine, okay, wir haben hier alles auseinandergenommen. Wir können hier nochmal gucken, ob wir denen Dinge verkaufen wollen. Ähm, Handel. Ach, wir haben euch schon so viel Scheiß verkauft, ne? Ach ja, genau. Wir haben die, wir haben die Streuwerfer. Um Gottes Willen. Ja. Dann würde ich mal sagen, äh, Streuwerfer. Ähm, Damdan hat... ...noch nicht genug Fertigkeit. Doch, Damdan hat Fertigkeit. Fünf. Dann würde ich mal sagen, Damdan kriegt mal einen Plasma-Streuwerfer. Davon haben wir nämlich zwei. Und... ...fünf. Zaraizani hat schon einen Laserwumme. Jawohl. Zemi hat auch fünf jetzt. Und könnte deswegen auch einen... Plasma-Streuwerfer ist halt... ...geht so. Es ist halt sehr praktisch für... ...für große Ansammlungen von... ...von Gegnern. Und ich würde jetzt eher sagen, dem geben wir ein Lasergewehr. Und wir stellen noch ein Lasergewehr her. Ein Lasergewehr. Einmal. Bitte. Weil Plasma-Streuwerfer ist halt nett. Aber... ...macht vor allem Sinn für größere Gruppen von Monstern. Ach doch, wir wollen Handel treiben, weil... ...die haben noch geilen Shit gehabt. Ähm... ...wir können ihnen auch noch Hüllenblöcke verkaufen. Ich meine, sie haben, als sie uns angerufen haben, einen besseren Preis dafür gezahlt. Aber... ...die Hüllenblöcke klumpen uns auch eher das Lager zu. Weil 7,40 braucht ja kein Mensch. Wir verkaufen denen einfach mal 10. Das sind fast 1000 Credits. Und wir... Ich hätte auch gerne hier... ...Metalle. ...so 6 Stück. Und... ...wie viel Chemierohstoff haben wir? Wir haben 33. Das reicht erstmal ein bisschen. Aber ein bisschen Edelmetall hätte ich gerne noch. Genau. Das ist dann noch ein guter Handel, den wir abschließen können. Und dann sind wir mit... ...eintreffendes Schiff. Cult from New Haven. Okay. Ja, hier bauen wir noch eine Kabine. Ansonsten sind wir hier mit den Umbauarbeiten fast fertig. Genau. Dann können wir hier... Ähm... ...ne, keine Cryostase-Kammer, sondern ein zweites Klinikbett reinsetzen. Und haben hier einen Bereich mit nochmal zwei Betten. Das ist super. Haben wir sechs Klinikbetten. Das passt auch zu der wachsenden Crew. Und dann haben wir hier eine siebte Kabine. Super. Das gefällt mir. Ein Schiff ist eingetroffen. Verfügbare Missionen. Okay. Ähm... Einen Sklaven befreien. Meine Fresse. Aber... ...wir machen mal... Hä? Cult from New Haven. Oh! Cult from New Haven mag... ...Androiden-Kollektiv nicht. Deswegen hat er jetzt gerade angezeigt. Handel. Neuer Handel. Kein Handel möglich. Mit einer Gruppierung, die... ...feindlich... ...ähm... ...auf feindlichen Schiffen befindet. Ja, wir sind ja mit denen nicht feindlich. Aber wenn ich jetzt hier mal aufdrehe... ...die schießen aber nicht aufeinander. Ist Cult from New Haven mir feindlich gesinnt? Ne, dann würden sie auf uns ballern, oder? Also... Ähm... ...wir machen mal Grüßen. Spricht das von Cult from New Haven? Acht neutral. Okay. Ja, okay. Handel treiben können wir mit denen gerade nicht. Handel abgeschlossen. Wir haben alles ausgebeutet. Ja, Mensch. Dann würde ich mal sagen, springen wir weiter. Ganz einfach. Dann springen wir einfach mal weiter. Und gucken... ...was als nächstes auf uns war. Da ist Energium. Energium immer gut. Ähm... ...und wir gucken noch mal so ein bisschen weiter. Hier unten haben wir keine Schilde. Ähm... Hier haben wir sehr, sehr viele Ressourcen. Dann würde ich mal sagen, wir springen erst mal hierhin zurück. Und holen uns Energium. Und was wir da noch so, äh... ...alles am Stissel haben. Feindbots nähern sich. Ja, das macht mich jetzt nicht fertig. Da würde ich sagen, wir sammeln das jetzt trotzdem alles ein. Und... ...hoffen mal... ...dass es nicht zu viele Feindbots sind. Na, wo seid ihr? Feindbots lassen sich noch nicht blicken. Und wir haben das Datenblatt erforscht. Sich entwickelnder... ...ähm... ...Kern setzt eine gasartige Wolke von Aliensporen frei, wenn er zerstört wird, verbraucht. Sauerstoff, CO2 und Wasserdampf setzt gefährliches Gas frei, führt zur Ausbreitung einer Alienumgebung. Ein sich entwickelnder Alienbrutstättenkern, der der Umgebung verschiedene Gase entzieht, um wachsen zu können. Setzt eine gasartige Wolke von Aliensporen frei, wenn er angegriffen und zerstört wird. Okay. Interessant. Gut, gut. So, wir bauen hier Sachen ab. Und jetzt sind Feindbots entdeckt. Äh... Erstmal ihr beiden heimkehren. Und... ...bevor die Feindbots kommen, ne? Wir bauen hier nichts mehr ab. Und da sind die Feindbots. Und das sind einfach nur drei von diesen Dingern. Die sollten relativ zügig weggeballert werden von unserer Punktverteidigung. Ja, das sieht gut aus. Joach. Und da bekommen die beiden rum. Und... Das war's. Und unser Jäger ist jetzt auch unterwegs. Und da sind sie weg. Sehr schön. Großartig. Dann baue mal hier dieses Zeug ab. Und... Dann erkunden wir weiter diesen Sektor. Werden noch ein weiteres Schiff auseinandernehmen. Aber das alles machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst gerne einen Like da. Wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr Teil der Crew werden wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Überlegt den Kanal zu abonnieren. Über alles würde ich mich freuen. Aber... Ich würde mich... Auch wenn er es alles nicht tut, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.